Ja, so und hiermit herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Together. Und ja, du wolltest was erzählen. Ach ja, genau. Ich failer andauernd, ich sollte mich Mr. Fail nennen. Und zwar habe ich den ersten Part aus einer Geschichte, die ich jetzt nicht erzählen möchte, weil es schlicht zu lange und zu langweilig wäre. Ja, da habe ich den ersten Part jetzt schon verdödelt. Und ja, deswegen könnt ihr den nur jetzt auf seinem Kanal gucken. Ja. Wirst du euch damit zufrieden gehen? Tut mir leid. Ja, also aus der besseren Sicht einmal alles angucken. Ja, aus der weniger nubigen. Naja. Tja. Mist. Ähm, ich brauche langsam mal was zu essen. Deshalb suche ich mir, glaube ich, jetzt erstmal Essen, anstatt dass ich mir jetzt... Ich habe hier irgendwie aus irgendeinem... Äh, es geschafft, in der Spalte hier Erde zu finden. Cool. Yeah. So. So. Alter, alles voller Hundis und Kühe. Ja, Kühe gibt's auch. Die haben mich in den Tod getrieben, diese Bieste. Und hier ist irgendwie alles voller Lava und Eisen. Dach Hundis, ich habe leider noch keine Knochen. Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Dank. Alter, irgendwo höre ich hier die ganze Zeit ein Zombie. Vielleicht bist du in der Nähe in der Spalte, in der ich gerade drinnen stecke. Nee, ich glaube, du bist zur anderen Seite gelaufen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, um ehrlich zu sein. Ich war auf der Suche nach meinen Sachen, dann habe ich sogar keins gefunden und bin hier geblieben. Naja, gut. Alter, ich höre die ganze Zeit ein Zombie, aber es ist kein Höhleneingang, nichts. Tja. Das erste Mal, dass ich mir ein Zombie stellen möchte und dann... Naja. Alter, und so viele Hundis auch, man. Ich finde normalerweise null, also echt gar keinen. Ich auch. Ich fress hier gerade Rohsfleisch, weil ich noch keine Kohle habe. Gut. Ich habe schon Kohle. Aber ich habe kein Fleisch in diesem Sinne. Ich will Kohle haben. Ich will auch gerne mit Kohle haben, aber ich brauche vor allem auch Sepplings. Sepplings, wozu? Nein, ich stecke hier in dieser Höhle fest. Und ich habe keinen Bock, immer noch umzulatschen, um bäume zu fällen. Deswegen will ich mir hier unten eine Plantage bauen. Was ist mein Crafting Table? So. Den brauchst du auch bestimmt nicht mehr, ne? Nö, nö. Bist du... Ich versuche dich gerade zu suchen. Ja, nö. Naja, heiwoll. Ich will mich jetzt auch nicht teleportieren. Wie weit bist du etwa weggegangen? Äh, nicht lang. So eine Erdspalte müsste man ja eigentlich schnell finden. Toll. Das ist noch in diesem Wald, ne? Das ist noch im Wald, ja. Das ist am Meer. Am Meer. Relativ am Meer, ja. Ja, ich bin jetzt hier am Wasser. Obwohl ich dir nicht genau sagen kann, wo es genau liegt, weil ich stecke hier drin und da drüben ist eine Spinne. Und ich habe jetzt gerade mehr Eisen als Kohle, ohne Witz. Am Meer. Da hätten sie, ich noch eine Kuh, die ich mir... Ich sollte vielleicht nicht sprinten, wenn ich kaum essen habe. Und ich glaube, ich habe dich gefunden. So tief. Ne, das ist mehr so ein Höhleneingang, das ist nicht wirklich eine Spalte. So eine Spalte ist es... Also ist das eine richtige Spalte. Keine besonderlich große, aber eine richtige Spalte. Okay, und ich schlängel mich hier entlang. So, und... I am sailing... Ja, da, da, okay. Wasser, wo war jetzt der Ausgang davon? Am Ausgang habe ich doch Kohle gesehen. Ja, da habe ich jetzt einen Vorteil, weil ich habe... Ich lebe sozusagen in Ressourcen. Ja. So, ich habe auch eh nur noch ein Stick Mist. So. Nein, die Kohle wird nicht behalten. Gebt mir eure Setzlinge. Ah, da. Gebt mir mehr Setzlinge. Wo bist du jetzt? Äh, in dir. Nein, ähm, immer noch an der Spalte. Aber außerhalb der Spalte. Außerhalb der Spalte, ja gut. Ich baue hier gerade in Ruhe Kohle ab. Wehe, du bist in meiner Spalte. Ich habe hier gerade irgendwen gehört, der Schaden gekriegt hat. Ich mache mir gerade Sorgen. Also das bin ich nicht. Muss ich sagen. Ne, ich bin auch nicht in deiner Spalte. Ich bin in so einer Art Hülleneingang. Vielleicht ist, war das ja Hero-Brain. Ja. Ich habe Hero-Brain-Plug-In drin. Äh, man braucht keinen Plug-In, um ihn zu haben. Das weißt du. Aber der Plug-In macht das wahrscheinlicher. Ich war mal auf dem Server auf dem Hero-Brain-Bar. Das war so kacke. Der kann eigentlich nichts. Alter, hier ist so viel Cola. Aber ich nehme dir alles mit, weil... Sonst kriegst du die vielleicht noch irgendwann. Und es wird dunkel. Nein, Hilfe. Scheiße. Und lass mich raten. Du bist immer noch... Ja, meh. Äh, irgendwo. Ich bin immer noch irgendwo am Arsch. Ja. Wie immer. So mehr Kohle nehme ich doch nicht mit. Ich bin da runtergekommen. Was? Ich wundere mich gerade, wie ich da runtergekommen bin. Aber ich nehme noch das Eisen hier mit. Geht Eisen... Eisen geht nicht mit Holzspitzhacke, ne? Ne. Nein. Wieso fragen das eigentlich immer alle? Das sollte man wissen. Schnell nach Hause in mein Haus, was auch nicht wirklich viel Schutz bietet. Aber egal. Und am nächsten Tag versuche ich dich dann nochmal zu finden. Wie ich gerade mein Haus hasse. Du meinst eine Spalte. Hohohoho. Leicht perverser Witz. Oh mein Gott, da ist schon der erste Creeper. Nö, einer. Bei mir hocken da unten mindestens drei oder so. Ach, Laptop nicht runterfahren. So. Was? Bei mir hocken da unten mindestens drei und ich muss da runter. Oh, Eisen. Da sage ich nur... Haha. Also, ich habe... Ich muss sagen, wir befinden uns gerade in der zweiten Aufnahme. Also in der zweiten Folge demnach auch. Und ich habe noch nicht mal mit einer Häuserbau angefangen. Und ich baue hier gerade schon fleißig an meinem Haus. So, jetzt mache ich mich aber auch mal ran. Ich baue mein Haus. Ich baue es hier. Ach ja, was wir in der ersten Folge gesagt haben. Was jetzt aber die von dir natürlich nicht mitgehört haben. Ihr... Wir machen das so, dass... Hilfe. Wir machen das so, dass jeder ein Haus baut und ihr könnt bewerten, welches besser ist. Genau. Aber keine Sabotage. Also, das ist nicht erlaubt. Nee. Und auch keine Items klauen von dem anderen. Genau. Ich würde sagen, ich beginne sehr kreativ mit einem Kasten. Macht doch einen Kreis. Ist doch viel einfacher in Minecraft. So, und als nächstes brauche ich für mein Haus sehr viel Glas. Und mit sehr viel Glas meine ich sehr viel Glas. Ich baue gerade ein Iglu. Zumindest soll es eins werden. Aha. So. Er ist sichtlich interessiert. Ja. Wow. Tag, Creeper. Ja. Ja. Also, so wirklich ein Kreis ist das jetzt nicht. So, Küper. Bidi bidi, Küper. An der Tür. Das ist mein Häuschen. Heil. Sonst würdest du es befreuen. Woher kommt mir das gerade bekannt vor? Ich weiß es gerade nicht. Am Schnitzel. Ach ja. Meine Tür soll von außen gegen sein. Und Hilfe. So. Ich bin so. Das ist doch mal ein witziger Küper. Ich mache hier gerade irgendwie Werbung für German. Ach nee, das ist ein Zombie. mit dem Controller von German Let's Play als Augen. Ja, das ist sein Skin. Nein, ich glaube. Das ist eher dargestellt als Zombie. Ja. Es gibt auch einen Creeper, der sieht so aus wie ein Kollege von ihm. True MG. Also, das ist wahrscheinlich den, den ich meinte. Würde ich gerade sagen. Mit orangenen Haaren und so. Ja. Jo. Das ist so. Ja, ich wusste, irgendwo habe ich den schon mal gesehen. Deshalb. Dann habe ich gedacht, das wäre deiner. Aber gut. Da kann man sich ja mal irren. Jetzt habe ich hier so ein Dreiviertel, äh, ein Viertel fertiges Dach etwa. Und eine Wand, wo überall noch Fenster rein müssen. Aber sonst ist mein Haus schick. Mein Haus soll einen Kreis darstellen. Naja. Es soll die Verbindung zwischen Ost und West, dem Frieden, dem Hass darstellen. Das Ganze, äh, in einem Spiel, in dem man mit Schwertern plump auf Zombies einhaut. Ist doch schick. Ja. Und ich habe schon wieder kein Holz mehr. Leck mich doch. Haha. Ich bin schon. Wah. Skelett. Skelett im Baum. Skelett im Baum. Wäre ich jetzt schlau gewesen, dann hätte ich mir, äh, meine, mein Holz dazu benutzt, um Leitern zu bauen. Nein. Skelett. 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 Wah. Scheiß-Skelett, scheiß-Skelett. Ja, verpiss dich da runter, genau. Ich kann die alle zum See hin richtig schön alle runterschubsen, das macht Spaß. Oh. In Richtung der Höhle. Ja, da, in See, Richtung See, mehr. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Jetzt, oh, verdammt, meine Holzsch... äh, meine... äh, nein, ach, Mann. Mein Ding, meine Dings ist kaputt. Deine Spitzhacke. Ja. So, und ich mach mir gleich schon mal meinen ersten Glasblock. Und ich mach mir auch gleich schon mal ne Rüstung. Nein, die kann ich nicht da kräften. Nein, auch nicht. Wasser. So. Das passt nicht, ne? Ne, dann mach ich mir einen Helm. So, ich hab jetzt nur einen dämlichen Lederhelm. Aha. Also, in dem Textrapack sieht der Lederhelm ja sehr beschissen aus. Das muss man ja immer sagen. Oh, oh, Gott. Ja, schlägt. Majo. So, und ich hab den ersten Glasblock fertig. Und ich töte gerade einen Zombie. Oh, yeah. Ja, und ich steh hier und langweil mich. Flash. Ich hab ne Enderpölle. Also, ich könnte mich theoretisch irgendwo hinbeam so. Ja, aber dann tut's weh. Ich weiß, das mein ich nicht. Das tut weh, das Beam. Ich kann hier schon mal den Boden rauszuhundert, ob ich da Koppel reinmachen kann. Das schlägt ja den Boden aus dem Pass. Ha, ha, ha. Sag mal nicht so, wozu. Das weiß ich doch nicht. So. Wie da ist ein Creeper an der Tür? Verdammt, jetzt hab ich in Ordnung. Ja, merke ich schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist, oh Gott? Skelett. Achso. Der einzige Gegner, der mir gefährlich werden können. Los, Hundi, der nicht auf meiner Seite steht, tötet es. Ist. Wird schon wieder Tag, oder wo ist der Mond? Ja, der geht langsam runter, das ist gut. Oh Gott, ein Skelett, ein Skelett, ein Skelett, ein Skelett. Ein Skelett, ich kann's nur noch mal betonen, ein Skelett. Gleich steht im Chat, du bist gestorben, dann lach ich. Ja, wird sogar passen. Ich öffne noch ein paar Herzchen. Ein Herzchen. Au. Nein, jetzt muss ich zwei Erdblöcke mit der Hand abbauen. Mal gucken, alt hab ich viel Erde, ich hab drei Stacks und ein bisschen. Ich hab' ein bisschen, äh, Koppel. Was ist ein bisschen Koppel? Kommt drauf an. Ähm, boah, so viel ist es nicht, aber ein bisschen schon. Gut. Ich brauch kurz, ein Stack und einen. Cool. Ja. Ja. Ja, den könnte ich jetzt gut gebrauchen, um hier so ein bisschen mal, bei mir, aber hier sehe ich grad schon, also Stein unter mir, den kann ich einmal abbauen und den durch Erde setzen, dann hab' ich schon mal wieder ein bisschen Koppel. Ja. Einmal ein fairer Austausch. So. So, ich habe jetzt einen geschickten, schönen Ein- und Ausgang für meinen Heus-Heuswerk gebaut. Cool. Ja. So. Connection lost. Ja, ich hab' ich grad' gemerkt. Server. Mal gehen, und wir sind wieder da. Also, ich bin wieder da. Der da. Ich war ja grad' schon die ganze Zeit da. Cool, ne? Total. Aha. Mein Haus nimmt langsam in Form und mit dem Textrapick sieht das auch richtig gut aus. Meins relativ auch, ich bin aber noch tolle Kanne im Rohbau, muss ich dazu sagen. Ich auch, ich muss gleich erst mal tierisch scheiße viel Sand farmen und noch bisschen Holz für die Decke. Und Koppel für den Boden und Holz für Kisten und ach. Und ich brauch' auch wieder langsam was zu essen. Ich werd' grad' in Skype angeschrieben, deshalb entschuldige ich mich einmal ganz kurz. So. Ähm. Und ich hast so Zambi-Fleisch. Nehme gerade auf. Ausrufezeichen. So. Und dann werd' ich wieder. Natürlich sehr, zum Helm mitten in der Aufnahme. Ja. Da unten ist ein Krypa, den will ich jetzt aber nicht stören. Da unten liegen noch XP-Kügelchen. Och, jetzt schreibt er mich schon wieder an, das gibt's doch nicht. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ja, toll. So. Und alle, die mich in Skype kennen, wer mich jetzt nochmal anschreibt, den bann ich. Toll, jetzt sind die XP-Kügelchen weg. Das ist nicht witzig, das ist Fail. Okay, das ist witzig. Witzig. Natürlich war ich so schlau und hab mir keine Schaufel gemacht, um Sand zu farmen. Das ist natürlich LP-Hail-97-Style. Und noch mehr Verklebungen. So. Der Küpa ist weg. Yay. Ach ja, ich wollte dich ja suchen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Ich auch nicht. Ähm, wir sind jetzt bei 38 Minuten Telefonat. Oh, das wäre ich schon wieder angeschrieben. Wir sind bei 38 Minuten Telefonat. Und, ähm, wir hatten eine 5 Minuten Pause zwischendurch. Ich glaub, das war's wieder, ne? Ich glaub, 15 Minuten sind durch. Könnt sein. Aber ich bin's gewohnt, eine halbe Stunde aufzunehmen. Deswegen musst du mich noch nicht erst fragen, wie lange wir aufnehmen. Ach so. Gut, aber wir können jetzt ja mal bänden, ne? Warte mal kurz. So, jetzt können wir gerne bänden. Okay. Mein Paus ist halbwegs fertig. Gut, ich zähl runter. 3, 2, 1, tschüss.